Stadt, Land, Bus wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Arminias Stadt, Land, Bus. Heute wird Abwehrspieler Florian Hartherz in unserem Bulli Platz nehmen und sich in einer Partie messen. Wir sind gespannt, wie sich unsere Nummer 8 schlägt. Aber schaut selbst. Moin Flo, herzlich willkommen zu Stadt, Land, Bus. Du als Autospezialist, du magst ja Autos gerne. Was sagst du zum Bulli? Ja, es hat auf jeden Fall Klasse. Für sowas ist es prädestiniert und gefällt mir auf jeden Fall sehr. Schön. Dann spielen wir jetzt eine Runde Stadt, Land, Bus. Kennst du von früher noch Stadt, Land, Fluss? Ja, klar. Genau, wir haben zehn Kategorien. Wir haben immer fünf feste und fünf schwimmende quasi. Heute sind wir noch mit Spieler von Jan Regensburg, der Superkraft, Automarken, Fan-Utensil und den Spruch vom Schiedsrichter. Fühlst du dich soweit vorbereitet? Auf jeden Fall. Gut, dann sag ich A, du sagst Stopp. A? Stopp. F, zwei Minuten los. So, dann machen wir mal Frankfurt am Main. Das ist meine Heimatstadt. Das ist natürlich passend dazu. Dann Land, ähm, Finnland. Hast du irgendwelche Beziehungen zu Finnland? Ist mir jetzt spontan eingefallen, habe ich keine Beziehungen dazu. Ähm, Fluss, äh, die Fulda. Auch bei dir um die Ecke? Ist bei mir um die Ecke. Ist auch in Hessen, da wo ich herkomme, Tier. Nehmen wir mal den Fuchs. Gut. Einfach, weil er mir einfällt. Beruf ist natürlich einfach, weil ich selber Fußballer bin. Ist das auch ein Beruf, der mir schnell einfällt. Spieler von Jan Regensburg. Ich könnte überlegen, ähm, Frederico Palacios. Frederico Palacios. Bist du bei einer Zeit, hast noch über eine Minute. Mit dem war ich auf dem Internat auch. War einen Jahrgang unter mir in Wolfsburg. Deswegen kenne ich ihn ein bisschen. Superkraft, ähm, mit F. Ich finde Fliegen ganz gut. Ich denke, das ist ein schönes Gefühl und man kann spontan überall hin. Also ich denke, das wäre eine gute Superkraft mit F. Automarken. Nehmen wir mal den Ferrari. Äh, ist ein sehr schönes Auto. Ist auch eines meiner Lieblingsautos. Wenn ich es mir leisten könnte oder irgendwann fahren könnte, würde ich es mir gerne kaufen. Fan-Utensil ist, ähm, nehmen wir mal die Fahne. Sehr gut. Dann hast du alle einzelnen Kategorien und hast noch eine gute halbe Minute für Sprüche. Spruch vom Schiedsrichter. Ähm, Foul nicht so viel, weil ich ja Verteidiger bin. Sollte ich vielleicht nicht so viel faulen. So viel. Ein zweiter Spruch könnte sein, Flank mal gescheit. Sehr gut. Weil ich zum Flanken komme, ab und zu. Noch 20 Sekunden circa. Ähm, und ein dritter Spruch. Fall nicht so schnell hin. Fall nicht so schnell hin. Sehr gut. Fall nicht so schnell hin. Drei Stück ist auch kein Platz mehr. Perfekt. Aber alles soweit gelöst. Ja, Flo, erstmal kurz zu deiner Einschätzung. Wie zufrieden bist du? Ja, ich denke, sehr zufrieden. Ich habe alles gelöst. Ähm, ja, das passt ganz gut. Sehr gut. Dann gehen wir mal die Punkte durch. Frankfurt am Main, 10 Punkte. Finnland, 20. Fulda, Fluss, 30. Tierfuchs, 40. Beruf Fußballer, sehr gut, 50. Machen wir weiter mit den Regensburger Spieler. Palacios, 60. Superkraftfliegen, 70. Ferrari, 80. Fahne, 90. Und bei den Sprüchen vom Schiedsrichter hast du 30 Punkte geholt. Somit wären wir bei 120, was eine super Punktzahl ist. Wie zufrieden bist du mit 120? Ich denke, das kann man so stehen lassen. Und ja, ich bin sehr zufrieden. Sehr gut. Dann wünschen wir für das Regensburg-Spiel auf jeden Fall viel Erfolg. Danke auch. Danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke.